Sie glauben falsch, Sie können den Aktienexperten trauen. Leider ist das nicht so. Aktientipps sind reine Lüge. Und es gibt dafür einen ganz einfachen Grund. Wenn der Aktientipp falsch war und die breite Öffentlichkeit war auch falsch, dann besteht überhaupt kein Problem. Alle waren falsch. Wenn der Aktientipp falsch war und die breite Öffentlichkeit hatte eine andere Meinung und war deshalb richtig, dann hat der Aktienexperte ein Riesenproblem. Er verliert seinen Ruf, seine Kredibilität. Er verliert sein Geschäft. Er ist fertig. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Aktienexperte erzählt Ihnen nur, was Sie bereits glauben, respektive was die breite Öffentlichkeit glaubt. Und das ist leider komplett irrelevant. Denn alles, was die breite Öffentlichkeit schon glaubt, ist auch im Preis der Aktie bereits enthalten. Es nützt Ihnen also nichts. Deshalb lese ich keine Aktientipps. Ich bevorzuge die Finanzfakten. Und das macht auch Obermatt. Obermatt nimmt die Finanzfakten eines Unternehmens, konvertiert diese Finanzfakten in Ränge, die jeder einfach versteht und es ihnen erlaubt, rein finanzfaktenbasiert zu entscheiden. Komplett ohne subjektive Meinung von Aktienexperten. Und ich freue mich, es ist das Ende der langen Sommerpause, wieder zurück an die Börse zu gehen und mit dem Aktieninvestieren, auf Basis unserer Obermatt-Ränge wieder zu beginnen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Anlagen.